Was ist ein Schuldenvergleich über dritte Person? Dieses raffinierte Psychowissen löst bis zu 95% Ihrer Schulden in Lufthau. Stillstand bei den Verhandlungen über Ihre Schulden? So zwingen Sie sogar die Betonköpfe unter Ihren Gläubigern zu unglaublich attraktiven Vergleichen. Beißen Sie bei den Verhandlungen mit Ihren Gläubigern auf Granit? Mit diesem Wissen knacken Sie den härtesten Abwehrpanzer und handeln einen sagenhaften Schuldennachlass nach dem anderen aus. Stellen Sie sich vor, 95% Ihrer aktuellen Schulden lösen sich in Luft auf. Komplett und legal. Zu schön, um wahr zu sein? Keineswegs. Sie müssen nur das Wissen anwenden, das in dieser wirklich einzigartigen Insider-Depesche auf Sie wartet. Über einen Nachlass Ihrer Schulden zu verhandeln, ist natürlich ein Zuckerschlägen. Aber die meisten Gläubiger sind durchaus zu Kompromissen bereit, wenn sie ihre Notlage nur glaubwürdig genug schildern. Wie gesagt, die meisten. Was aber, wenn Ihr Gläubiger auf keinen Ihrer Vorschläge auch nur im Geringsten eingeht? Wenden Sie dieses nahezu unbekannte Psychowissen an und schon platzt der Knoten bei Ihren Schuldenverhandlungen. Diese Insider-Depesche hat es in sich. Sie ist absolut genial und sie ist einzigartig im gesamten deutschen Sprachraum. Ich, der gewiefte Schuldnerfuchs, verrate Ihnen hier einen weitgehend unbekannten Trick, der bei garantiert jedem noch so widerspinstigen Gläubiger die gewünschte Wirkung zeigt. Nicht nur, dass Sie Ihren Gläubiger endlich zu einem Vergleich bewegen. Nein, Sie werden im besten Fall sogar nur 5% Ihrer heutigen Schulden zurückzahlen müssen. Und das vollkommen rechtmäßig. Ja, Sie hören richtig. 95% Ihrer Schulden werden schon in ein paar Tagen nur noch eine böse Erinnerung sein. Holen Sie sich hohe Schuldenvergleiche über dritte Personen. Und schon bewegen Sie sogar die Hallstarksten unter Ihren Gläubigern zu einem attraktiven Vergleich. Nutzen Sie psychologisch hochwirksame Strategien, die Ihnen 999 von 1000 Fällen greifen. Reduzieren Sie Ihre Verbindlichkeiten um mindestens 75 bis 95%. Sie sind nachweislich für Sie drin. Profitieren Sie von einem Wissen, das die wenigsten haben und auf das auch Ihr Gläubiger nicht vorbereitet ist. Wenden Sie eine Methode an, die ohne großen Aufwand funktioniert und vieles mehr. Natürlich hat auch Ihr Gläubiger ein Recht darauf, von Ihnen sein Geld zu bekommen. Aber Sie haben auch das Recht, mit aller Konsequenz für eine Reduzierung Ihrer Schulden zu kämpfen. Diese Insider-Tepeche macht geradezu traumhafte Vergleiche möglich und das relativ mühelos, sowie ganz und gar rechtmäßig. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsunline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher. Vielen Dank.